ja leute was geht es geht weiter im let's play lego starbauer sagen letztes mal haben ein bisschen nebenquests gemacht denn man musste die gerüchte aufsammeln und so das ist jetzt was ich jetzt auch mittlerweile ein gerücht genau das haben wir mit den leuten ja auch reden müssen schon in gerüchte aber ich glaube ich hier haben wir alle nebenbeschiebungen die wir machen können wie nur eine von der zufolge gemacht und ja ich kann man ja noch mal auf die alten planeten reisen das könnten wir gleich so genau machen wenn ich jetzt hier mal das meine und zwar aber schon von fünf level ok so nein ich will der karte die karte die karte ernst hast du wow du musst über die galaxie karte denn hier rein also jetzt jetzt doch gut jetzt ernsthaft du musst du noch ein der plastik doch zu auch nur röhrer 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 wenn es kann mit markieren als er wird ohr alter du musst über die letzte ist gar nicht wahr im verletzt wo die ist wow nein eine extra karte oder mit einem knopfdruck das wäre zu einfach gewesen auch nicht schlecht hier eine gaxiskarte da malo dinga tu da tona ram noa jusa ja seht es euch an das hier ist die große arena austragungsort des bunter die hutten sind zwar schleimige sklaventreiber aber in organisieren können sie wenn wir in händel na gut als ich klein war habe ich mir mal ein portrenner gebastelt der von zwei wampraten gezogen wurde ich kann dir sagen die dinger sind schnell und sie vertragen keine kritik die netten aber schon ja 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 ich ja ich ja 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 naja wollen wir ja reisen oder gott leben mission aufträge sich aber immer in ja alle hier in der pangase in den mann drücken ist aussuchen bei der pangasee im nabu reichert so als so muss immer ich muss erst mal also ich würde erst so ich würde einmal die hauptkost weiter machen okay ja gut dann mache ich mir auch kurz weiter danach werden dann habu noch mal gehen weil dann da ja mal weil dann wir auch noch durchgejoggt vielen dank ich brauche ich zum loide ja ich hätte sich alles ausgeben das ist egal wenn ich hier einbekommen das ist egal ist mir gerade bisschen doof zwar aber na gott weil wir kein geld haben aber werden wir wieder reinbekommen aber dann werden wir schnellreisen freischalten und dann werde ich wunderschön auf einem buch noch mal gehen und dann gucken wir da noch mal und dann haben wir es dann ja genau so machen wir das weil wir die auch nicht dieses spiel joggen wenn wir schon mal zwei von drei haben wir dann die hälfte eigentlich ganz okay war zweieinhalb die hälfte ist aber so gut wie ne von zwei von fünf und mit geschichte fortsetzen die Komm her, Fisch! Sie sollen plafen! Endlich haben wir ihn! Wie? Oh, da bist du! Endlich haben wir uns den Jedi zu erkennen gegeben. Folge ihnen, mein junger Schüler. Du weißt, was zu tun ist. Tja, wenn wir nicht noch mehr vermummte Fremde bekämpfen müssen, schaffen wir es diesmal vielleicht wirklich nach Coruscant. Ja, allerdings denke ich, dass dieser Fremde ein Sith Lord gewesen sein könnte. Ja, jetzt kann ich das. Okay, dann fang ich mal von links und rechts. Okay. Nice! Okay, ja, das war ja der liebe Kämpfer, ne? Let's eat stuff more. Juhu! Paungasegen, ne? Oh! Wollte ich ihm wieder mal hin? Ich habe neue Witze erhalten. Na toll! Noch mehr unfreiwillige Hilfe für Leute wie euch. Und hier kann man jetzt sieben. Ja! 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 Ich meine, ihr... meine ganz besonderen fähigkeiten werden hier sehr ich ja 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 Ah. So etwas habe ich nicht mehr gesehen, seit ich ein Junge war. Nice. Uh, 6 von 3, ja gut, 6 von 3, ja gut, 7. Ja, okay, aber du musst auch die Quests wohl, die Hauptmission in einem gewissen, äh, Stil abschließen, okay. Ach, Koros, dann soll ich gar nicht bewusst haben. Na, 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 na. Naboo. Ich hätte es dir einfach verwundert. Da ist aber ein Feind. Was ist da oben? Ein Feind? Können wir, was ist da? Ah, da ist er, der Feind. Da ist er, der Feind. Der Piste, ich... Was ist da? Ah, okay, natürlich, super gut. Wenn man natürlich so macht... Ey, also... Dass ich die Karte von Naboo haben will, wenn ich auf Naboo bin. Ist das irgendwie wohl klar, oder nicht? So, wir gehen jetzt mal so, warte. Dann fängt er echt wieder an. Lol. Also gut, die Karte, doch nicht weird. Einfach... Warum sollte ich eine Karte von einem anderen Planeten haben wollen? Wenn ich auf Naboo bin, also... Na gut, aber... Man würde doch zuerst mal die Karte anzahlen, wo man eh ist. Da ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass du die Karte von deinem jetzigen Planeten haben willst, ja höher ist, als dass du sie jetzt wenn ich von Mustafa haben willst und während du auf Naboo bist. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ja. So, ich habe nicht mehr gesehen, seit ich ein Junge war. Ja, ja. So, nice. Dann haben wir die Margot eingesammelt. Ja, okay, aber das sind doch nicht ein bisschen, oder? Ja, okay, irgendwie. Gut. Weltraum oder Kortus, nein. Ja, ins Weltraum will ich nicht. Nicht ins Weltraum, Mörderraum. Da brauche ich heute hin. Das ist nicht auch nice gemacht. Dieses, diese, diese, diesen, äh... Wie nennt sich das hier? Die schwarze Schloss und diese Schnellreisefunktion. Ja, mit Überschaltgeschwindigkeit einfach mal. Sieh an, Senator Palpatine persönlich begrüßt uns. Lasst uns rasch die Situation auf Naboo schildern, damit mein Volk endlich gerettet werden kann. Seid gegrüßt, Eure Majestät, Meister Jedi. Ah, wir haben ja noch ein neues. Hm, nice. Hallo Palpatine. Es ist eine Freude, euch lebendig zu sehen, Eure Majestät. Die Nachrichtensperre der Föderation hat uns sehr beunruhigt. Darum bin ich begierig, von der Situation auf Naboo zu erfahren. Eure Hoheit, würdet ihr mich bitte zum Senat begleiten, um die Angelegenheit weiter zu besprechen? Oh, okay. Der oberste Kanzler Valorum hat eine Sondersitzung des Senats einberufen, um die Situation auf Naboo zu besprechen. Obwohl, er hat nur wenig wirkliche Macht und es ist unwahrscheinlich, dass sich der Senat gegen die Invasion stellt. Es wäre das Beste, wenn Ihre Majestät auf die Wahl eines neuen obersten Kanzlers drängte, der die Kontrolle übernehmen und uns Gerechtigkeit verschaffen kann. Hm. Und wo willst du lang? Da lang? Alpertin? Ah, wir sind da. Also. Diese Transporter bringen uns zum Senatsgebäude. Ich habe dort noch einiges zu erledigen und werde nun aufbrechen. Wenn ihr bereit seid, kommt in mein Büro und wir gehen zusammen zu der Sitzung. Bis dahin. Ach, jetzt gibt's LOL. Was? Es gibt zwei Tassen. Okay, hier kommt die Karte. Wow. Okay. 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 Ich würde sagen, ne? Also ich sehe jetzt hier, ja, dann würde ich sagen, nächste Folge dann da lang. Ja, ne, wäre das, wäre das die nächste Folge, ne? Ja, würde ich also, ja, würde ich sagen, ne? Ich würde sagen, ich danke dafür zu schauen. Wenn man meistens mal geht's ja wieder weiter hier mit unseren, äh, lieben, drei, lieben Leut, Leutchen hier. Und dann machen wir mal weiter, ne? Mal gucken, wie es dann wird. Ach so, jetzt tue ich doch nicht das so langsam. Ach so. Äh, okay, zwei Tasten. Okay, gut, okay, gut, 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 okay. Weiß ich jetzt Bescheid. Und dann muss man... auch immer die Gerüchte kaufen, ne? Okay. Dann bis zur nächsten Folge, euer Pirates. Wir sehen uns. Tschüss, bis dann.